Langa Chai ist ein Marathi-Wort und bedeutet hüpfen auf einem Bein. Langa Chai ist auch eine Yoga-Übung zum Aufwärmen und zur Kultivierung des Gleichgewichts. Elena zeigt, wie es geht. Also von der aufgerichteten Stehhaltung Samastiti ausgehend hebe einen Fuß hoch und dann hüpfe auf einem Bein wieder und wieder. Das ist Langa Chai und hilft, das Gleichgewicht zu entwickeln und gleichzeitig dich aufzuwärmen. Du kannst das etwa 10 bis 100 Mal auf einem Bein üben und danach 10 bis 100 Mal auf dem anderen Bein. Danach bist du aufgewärmt und bereit für andere Asanas.